ja hallo leute ich bin es nochmal der Flosch und zwar ein kleines Informationsvideo ich bin ab sofort auch auf Twitch erreichbar also wenn ihr Bock habt dann gibt einfach ein Flosch unterstrich Twitch und dann findet ihr mich auf Twitch ja und auf YouTube wird weiterhin noch Content kommen auf jeden Fall Let's Plays Technik den ganzen anderen Krempel den ihr gewohnt seid aber vorwiegend Livestreams jetzt erstmal auf Twitch denke ich mal um da eine kleine Community aufzubauen es wäre schön wenn ihr mir folgen wird auf Twitch wo ich mich riesig riesig drauf vorhin also machts erstmal gut ciao ich bin erstmal raus